Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. Es wird härter werden, sagte WHO-Regionaldirektor für Europa Hans Kluge am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an. Die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen bisher relativ stabil geblieben. Die Welt wolle derzeit solche schlechten Nachrichten nicht hören. Doch im Oktober und November werden wir, so Kluge, einen Anstieg der Sterblichkeit beobachten können. Der in Kopenhagen ansässige WHO-Funktionär warnt davor, zu große Erwartungen in Impfstoffe zu setzen. Ich höre die ganze Zeit, der Impfstoff wird das Ende der Pandemie sein. Natürlich nicht, sagte der Belgier. Bisher sei unklar, ob ein Impfstoff allen Bevölkerungsgruppen helfen könne. Es gebe Anzeichen dafür, dass ein Impfstoff einigen Gruppen helfen könne, anderen wiederum nicht. Dann auch noch verschiedene Impfstoffe bestellen zu müssen, wäre für Kluge ein logistischer Albtraum. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle in Europa ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Vor allem in Spanien und Frankreich. Allein am Freitag wurden in den 55 Ländern der WHO in Europa mehr als 51.000 neue Fälle gemeldet. Mehr als auf dem bisherigen Höhepunkt der Infektionszahlen im April.